Oh, ich seh grad, ich hab den Roadcast Titan noch gar nicht umgestellt, ich streame noch unter KSP Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich umgestellt hab Twitch, ich hab gar nicht geguckt Äh, Deutsch Und es sind vier Leute im Stream, was ist denn das? Hm, okay, nur versteckte Leute, keine Ahnung Hallo Leute! Warum steht hier, dass ich offline bin? Weiß ich auch nicht Spawn of Rated Mice Der Bräut berichtet Ah, ja Service fertig Ja, ich bin nicht offline Gut, warum auch immer es auf meinem Dashboard steht, dass ich offline bin Okay Wie macht man jetzt nochmal eine Expedition? Ah, da, oder? Expeditionssteuerung Expedition vorbereiten Ja, okay Genau Werkzeug erstellt andere in die Hub Genau Werkzeug erstellt andere in die Hub Okay Das funktioniert alles Äh, Werkzeug, Gebiet verloren Willst du unbedingt ein Teil dieses, 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 dieses Bergs noch haben, wa? Ja Ja, natürlich Sollst du haben Kann ich dir eigentlich alles überlassen Wartet auf Anweisen, das ging ja schnell Ja Hat es die ganzen Sachen schon in den Lagern drin Ansonsten müssen wir die Sachen noch nicht holen Keine Rohstoffgaben, Holzfäller Ja Kann ich hier mal so einen Weg hoch machen? Warte mal, wie kann man jetzt die Expedition starten? Auf das Schiff klicken Und ihm dann sagen, in welche Richtung er fahren soll Ah, ja, okay Richtung, ja, das, das Wir sehen Gut So, probier ich nochmal eine Expedition anzumachen Die zweite jetzt an derselben Stelle Meine Fresse Kann ich euch aber nicht Hast du das gehört? Kann ich euch like Lass uns eine Ich habe keine Rohstoffe gefunden. Weiter. Steinbruch. Am eigenen Gebiet. Alles voller Kohle. Alles voller Kohle! Alles voller Kohle. Alles voller Kohle. So, keine Rohstoffe gefunden, Holzverlette ist schon weg. Brauche ich nicht, da brauche ich nicht. Granit gefunden. Warte auf Anweisungen, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und da ist auch der Gegner. Ja dann, Hafenerrichten. Äußerst interessant auf jeden Fall. Hafenerrichten. So, probieren wir es noch einmal. Wachturm. Hier, bitte. Wir hätten einen Wachturm. Natürlich. Das ist direkt an der Front. Ich kann leider keine Festungen bauen. Ja, stimmt. Ich musste gerade wieder eine Fahne anders setzen und hatte wieder Angst, dass der Hafen verschwindet. Aber es ist nicht passiert. Gut. Ich warte jetzt erstmal, bis der Hafen fertig ist und der Wachturm. Und dann... Der Rest ist mir egal. Dann kann ich wieder Sachen neu setzen. Weil der Weg da gefällt mir halt auch überhaupt nicht. Warte, ich könnte hier... Wasserweg noch bauen, da hoch. Wasserweg ist cool. Ja. Kann man sehr selten nur aktiv benutzen. Ich weiß nicht, ob du das in meinem Stream gesehen hast. Aber ich hab so... Das ist... Am Ende sieht man... Bei dem Ende der Kampagne sagt er dir so, dass du jetzt weißt, warum es dir die Insel der Drachen genannt wird. Oder das Plateau des Drachen. Dann hab ich auf die Map geguckt. Oh, das hat eine Drachenform. Das ist halt tatsächlich so ein Schlangendrache. Ja. Und... Weil das halt so hoch und runter geht. Hab ich dann... Da, wo ich angefangen hab und da, wo ich dann sehr, sehr viel später war, hab ich so einen Wasserweg rüber gemacht. Für sowas ist das halt nicht geil. Aber ein Wasserweg hat dann nicht gereicht. Deswegen hab ich vier an derselben Stelle gemacht. Okay. Das ist halt einfach... Man muss halt den ganzen Umweg nach oben nicht gehen. Und deswegen wurde der auch krass benutzt. Ja. Die Wasserstuhl ist gleich fertig... Wir sind auch hier schon mal einen bauen können. Eine bauen können. Ja. Beide besetzt, nice. Nooo... verloren muss wir ja was von dem berg abnehmen soll eigentlich so nach oben weil da war noch platz ich hab voll löcher in meinem reich hier das ist schlimm ich versuche gerade so ein bisschen zu stopfen bald zu meinem hafen aufgeschlossen so schon so 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 Was ist denn hier passiert? Achso, das ist mein Weg, den ich da gebaut hab. Okay, was ist denn da los? Also dieser Berg ist echt riesig, ey. Ich glaube, ich mach erstmal die Steine da unten weg, damit ich da überhaupt drankomme. Okay. 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 haupt ist fertig jetzt sollte wahrscheinlich okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Ich glaube, ich bin unten noch mal in den Hafen hin. Okay. 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 Okay.